Der Versuch V1 befasst sich mit dem Thema der Elektrolytleitfähigkeit. Als Aufgabe soll dazu die spezifische Leitfähigkeit zweier Elektrolyte, eines starken und eines schwachen Elektrolyten, bei verschiedenen Konzentrationen gemessen werden. In diesem Fall ist der schwache Elektrolyt die Essigsäure und der starke Elektrolyt Natriumchlorid. Durch Umrechnung und geeignete Auftragung in einem Diagramm sollen so die Grenzleitfähigkeiten beider Elektrolyte sowie die Dissoziationskonstante des schwachen Elektrolytens ermittelt werden. Wie das geht, werden wir später in der Auswertung sehen. Die Messgröße in diesem Versuch ist die spezifische Leitfähigkeit. Nun fragen wir uns zunächst, was ist eigentlich die spezifische Leitfähigkeit? In Worten ausgedrückt beschreibt sie den Kehrwert des elektrischen Widerstands der Lösung. Als Formel ausgedrückt ergibt sich folgender Zusammenhang. Kappa, das Formelzeichen der spezifischen Leitfähigkeit, ist gleich L durch R mal A. L und A sind hierbei die Länge und die Querschnittsfläche der Messzelle und eher der Widerstand. L und A lassen sich zu Zellkonstanten C zusammenfassen, sodass gut erkennbar ist, dass die spezifische Leitfähigkeit nur vom elektrischen Widerstand und einer Konstanten abhängig ist, sofern man natürlich den Versuch als Isotherm betrachtet, da die spezifische Leitfähigkeit auch noch von der äußeren Einflussgröße der Temperatur stark abhängig ist. Als Einheit ergibt sich so 1 durch Zentimeter mal Ohm und 1 durch Ohm ist als ein Siemens definiert, sodass sich als Einheit für die spezifische Leitfähigkeit Siemens pro Zentimeter ergibt. Dividiert man Kappa durch die Konzentration, erhält man die molare Leitfähigkeit. Diese Formel werden wir noch später für die Auswertung gebrauchen. Je nach Stärke des Elektrolytens ergeben sich unterschiedliche Auswertmöglichkeiten. Da starke Elektrolyten stets in Lösung vollständig dissoziieren, schwache Elektrolyte hingegen unvollständig. Hier muss noch das Massenwirkungsgesetz mit berücksichtigt werden. Für starke Elektrolyte geht das Kohlrausche-Quadratwurzelgesetz. Lambda M ist hierbei die molare Leitfähigkeit, Lambda M0 unsere gesuchte Grenzleitfähigkeit und B ist ein Maß für die Konzentrationsabhängigkeit der Ion-Ion-Wechselwirkung. Für schwache Elektrolyte geht das Ostweitsche Verdünnungsgesetz. K ist hierbei unsere gesuchte Dissoziationskonstante und Alpha der Dissoziationsgrad. Unter der Annahme, dass die Abnahme der molaren Leitfähigkeit von schwachen Elektrolyten mit wachsender Konzentration ausschließlich auf die Abnahme des Dissoziationsgrades beruht, können wir folgende Formel formulieren. Setzen wir nun diese Formeln und unser Ostweitsche Verdünnungsgesetz erhalten wir folgenden Zusammenhang. Diese beiden Gleichungen stellen die Formeln für unsere Auswertung dar, da wenn wir genau hingucken, eine Linearität sich aus den beiden Formeln ergibt. Für die Messung selber werden zunächst durch Verdünnungsreihe mehrere Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen angesetzt. Hier links sehen wir die Verdünnungsreihe des Natriumchlorids und rechts die Verdünnungsreihe der Essigsäure. In der Mitte sehen wir den Blindwert, der genauso angesetzt und behandelt wird wie die restlichen Lösungen. Anschließend erfolgt die Aufnahme der Messwerte. Hierzu wird zunächst das Messbecherglas und die Messelektrode mit der zu untersuchenden Elektrolytlösung vorgespült. Diese Lösung wird verworfen und anschließend erfolgt die Aufnahme der eigentlichen Messwerte. Analog verfährt man somit allen anderen Elektrolytlösungen. Diese werden jeweils zweimal, der Blindwert dreimal gemessen. Sind die Messwerte aufgenommen, überträgt man sie in eine Excel-Tabelle, die wie folgt aussehen kann. Ich rufe noch einmal in Erinnerung. Gesucht sind die molare Grenzleitfähigkeiten von der Essigsäure und Natriumchlorid sowie der K- und PKS-Wert der Essigsäure. Die für die Auswertung benötigten Formeln habe ich hier oben rechts noch einmal hingeschrieben. Beginnen wir die Auswertung mit Natriumchlorid. Zunächst bilden wir den Mittelwert unserer gemessenen spezifischen Leitfähigkeiten jeweils. Hierbei ist es jetzt wichtig, unseren gemessenen und gemittelten Blindwert von unserem Mittelwert der spezifischen Leitfähigkeit abzuziehen. Nun bilden wir die Wurzel der Konzentrationen unserer Natriumchloridlösung. Mit einem einfachen Doppelklick auf den Reiter übernimmt hier Excel für jede Zeile die Rechnung. Zuletzt bilden wir die molare Leitfähigkeit mit dieser Formel hier. Hierbei müssen wir auf die Umrechnung der Einheiten achten. Unsere gemittelte spezifische Leitfähigkeit multiplizieren wir mit einem Faktor von 10 hoch minus 6, um so die µSiemens in Siemens umzurechnen. Die Konzentration multiplizieren wir mit einem Faktor von 10 hoch minus 3, um aus Liter Kubikzentimeter zu erhalten. Fahren wir fort mit der Essigsäureauswertung. Da die gemittelte spezifische Leitfähigkeit, die Wurzel der Konzentration und die molare Leitfähigkeit analog errechnet werden, können wir ohne weiteres unsere ermittelten Werte für Natriumchlorid kopieren und unten einfügen, da hier Excel nicht die Werte kopiert, sondern die Funktionen, die wir eingegeben haben. Als nächstes bilden wir das Produkt aus molare Leitfähigkeit und Konzentration, was im Prinzip nichts weiteres als die spezifische Leitfähigkeit ist nach unserer ersten Gleichung. Hierbei müssen wir ebenfalls die Liter in Kubikzentimeter für die Konzentration umrechnen. Zuletzt bilden wir den Kehrwert der molaren Leitfähigkeit. Soweit zu den Rechnungen für die Auswertung. Als nächstes kommen wir zur Erstellung von den Diagrammen. Für Natriumchlorid wenden wir die Auftragung von Kohlrausch an. Hierbei tragen wir die molare Leitfähigkeit gegen die Wurzel der Konzentration auf. Für die Essigsäure die Auftragung nach Ostwald. Hierbei tragen wir den Kehrwert der molaren Leitfähigkeit gegen die spezifische Leitfähigkeit auf. Die Diagramme sehen dann in etwa so aus. Hier sehen wir zunächst die Leitfähigkeit der Elektrolytlösungen als Funktion der Konzentration. Als nächstes die Auftragung des Kohlrausch-Quadratwurzelgesetzes. Achten Sie vor allem auf die Beschriftung und die richtigen Einheiten der Achsen. Zu guter Letzt die Auftragung des Ostwaldschen Verdünnungsgesetzes. Hierbei erkennt man besonders gut die Linearität, die vorliegt. Da wir für unsere Zielgrößen, den Achsenabschnitt und die Steigung benötigen, empfiehlt es sich die RGP-Funktion von Excel anzuwenden. Dazu markieren wir eine 5x2-Matrix, geben die y-Werte ein, trennen diese mit einem Semikolon von den x-Werten und geben anschließend zwei Konstanten war-Semikolon-war ein und bestätigen mit STRG, SHIFT und ENTER. Analog verfahren wir so für die RGP-Funktion der Essigsäure. Auswahl einer 5x2-Matrix, markieren der y-Werte, anschließend der x-Werte und zum Schluss die zwei Konstanten war und war und bestätigen mit STRG, SHIFT und ENTER. Um nun die molare Grenzleitfähigkeit zu ermitteln, macht man sich der Linearität zunutze. Sie ergibt sich jeweils aus dem Achsenabschnitt der Funktionen. Entsprechend den Gleichungen können wir so für Natriumchlorid den Wert des Achsenabschnittes übernehmen. Für die Essigsäure müssen wir den Kehrwert des Achsenabschnittes bilden. Die Dissoziationskonstante der Essigsäure erhalten wir durch Umstellung dieses Terms nach K. Somit ergibt sich für K gleich der Kehrwert der Steigung mal der aus dem Achsenabschnitt ermittelten molaren Grenzleitfähigkeit zum Quadrat mal einem Faktor von 10 hoch minus 3, was hier der Standardkonzentration C0 umgerechnet in mol pro Kubikzentimeter entspricht. Der PKS-Wert der Essigsäure ergibt sich ganz einfach aus dem minusdekadischen Logarithmus der Dissoziationskonstanten der Essigsäure. Als Ergebnis können wir so eine molare Grenzleitfähigkeit für Natriumchlorid von 127,7 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol bei einem Soll von 126,9 Siemens mal Quadratzentimeter pro Mol festhalten. Für die Essigsäure gleichermaßen 387 Siemens mal Quadratzentimeter pro Mol bei einem Sollwert von 390,7 Siemens mal Quadratzentimeter pro Mol und dem PKS von 4,76 bei einem Soll von 4,75. Aus den geringen Abweichungen gegenüber den Literaturwerten erkennt man also gut, dass dieser Versuch sehr geeignet ist.